Hi! Ich bin Chucky! Wollen wir spielen? Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Ich weiß es, aber ihr nicht. Ich auch nicht. Du nicht? Ah, ich erinnere mich. Jetzt leck mir doch die Rosette, du Lutscher! Die Rosette, ey. Die Rosette, ey. Du bloß ja, du, ey. Ach so. Eine Illusion. Jetzt leck mir doch. Da ist er! Auf ihn! Watch out! Jetzt leck mir doch den Otto, Alter! Was ist denn kaputt mit euch? Ah, kaputt, ey. In die Fresse. Oh, ey. Hätte er dich jetzt noch getroffen, da hätte ich jetzt aber aufgelacht. Ja, da wäre ich aber steil gegangen. Die Hülle da ist aber auch gemein. Die Kamera ist gemein. Haha. Das Spiel ist gemein. Nö, das Spiel geht eigentlich. Wenn ich heute mal treffen könnte, wäre das viel besser. Ja. Wir müssen silberne Rubine sammeln. Ey, ich bin halt so am rumschaukeln wie ein Besoffener. Wie viel zählen die? Äh, gar nicht. Das sind gar keine. Also, die geben kein Geld. Doch. Nein. Doch. Ich hatte vorher schon Maximum. Nein, du kannst gleich oder nachher zurückspulen. Da waren vorher 199, du hast einen silbernen Rubin gehoben und dann waren es 200. Okay. Ich hab nichts gesehen. Okay, das sollte zurückspulen sein. Danke sehr, danke sehr. Ja, keine Ahnung. Also eigentlich... Das Geld ist eher Nebensache bei denen. Du brauchst die halt hier, um weiterzukommen. Wie viel geben die denn? Bitte? Wie viel geben die denn? Nur einen? Oder was? Ich weiß es doch nicht. Du musst alle halt sammeln, um weiterzukommen. Sag ich doch. Letzt ihn gesammelt und dann... Letzt ihn gesammelt und dann... Es war mir bis gerade neu. Da hast du dir überhaupt was gegeben. Achte ich halt nicht drauf. Ey, dann willst du aber schon ein bisschen... Also da muss ich ja jetzt selbst schon sagen. Dann ist es ein bisschen peinlich beim 56. durchspielen oder was? Ja, wirklich. So Sachen nicht... Ich mein... Hä? Wie geht das? Keine Ahnung. Ich zock halt einfach nur. Das war genauso wie mit meiner Ex. Die war immer so drauf. Ja und das und das. Und hat mir Sachen von Spielen erzählt, die ich blind durchspielen konnte. Ja, das wusste... Sachen, die wusste ich gar nicht. Die hab ich aber auch nicht interessiert. Ich hab's durchgespielt und dann war's das auch wieder. Hab ich nie wirklich so... Oh, leck mich doch. Ist mega, mega... Oh ne, du kennst das auch. Eigentlich... Ich kenn das Original Lied nicht. Ich weiß nur, dass immer alle das in der Schule gesungen haben. Ja genau. Genau das. Ich hör eigentlich nur Metal. Boah, also ich muss sagen... Ich mach jetzt mal ein Giveaway. Und das ist vollkommen ernst gemeint. Ja. Und meine Monster Hunter Gruppe ist ausgeschlossen, weil die müssen die Antwort kennen. Wenn mir einer sagen kann, was das eben für ein Klingelton war. Der Erste, der's macht, der kriegt eine 10€ Überweisung oder Payside Card, was immer der möchte für 10€. Das ist kein Scheiß. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich. Aber vielleicht kannst du's ja für irgendwas gebrauchen. Weil die Band ist eine meiner Lieblingsbands, aber die kennt halt fast keiner. Die ist sehr... Keine Ahnung. Was wäre, wenn ich jetzt die Lösung verraten würde? Äh, dann würde das Gewinnspiel nicht mehr... Ach, was heißt Gewinnspiel? Dann würde es nicht mehr... Gehen. Dann würdest du ganz viele Leute um 10€ berauben. Ganz viele Leute? 10 Leute? Ohoho. Ich sag, dann würdest du ganz viele Leute um 10€ berauben. Nicht um 10 Leute, um... Euro berauben. Ach, danke sehr. Nein, nein. Das meine ich nicht. Ich glaub, du hast es gar nicht... Ach, so einer bist du! Danke sehr! Der sagt nur 10 Leute, guck mal in Let's Flays. Könnt's sogar hinkommen, aber... Trotzdem sagt man das nicht. Nein! Die ist denn hier kaputt. Was ist denn heute hier? Ah. Ah, einmal blaues Feuer muss ich mir aussparen. Und ich kann... Ich kann doch mir das... Ne, kann ich eben nicht. Ich hätte eben nachgucken müssen wegen dem Gerudo-Ding da, wie ich da rüberkomme. Da muss es bestimmt irgendeinen Milch geben, wie ich da rüberkomme. Was hast du jetzt bekommen? Eine Karte. Wofür denn? Wo ist das Ding da? Ja. Boah, nützlich. Oh, ja. Ähm... Ja, ich will es mich anwesend, wie ich dir ein danke. Ja, und jetzt? Guck mal auf die Karte. Mh... Ich muss wieder zurück. Danke sehr. Ja, da war doch noch eine Kiste. Das war keine Kiste, das war ein Krug. Ein Krug? Ja, ein Krug. Aber den kann ich schon mit blauem Feuer dann auftauchen und dann mach ich nicht. Dann ist da ein Herz drin. Richtig. Ein Herz für Chakra. Ja. Neue... Spedition jetzt. Ne, nicht Spedition, sondern Petition. Ähm... Expedition. Nee... Nee... Ich kann hier links irgendwo rein. Da. Mhm. Hallo, möchten Sie blaues Feuer... ...haben? Sch... Jetzt mal die Krugschrank abtauen. Mhm... Ja, ich treff gar nichts mehr. Hm... So... Hier ist ein anderer Raum wo es keinen Ausweg gibt. Hier... Dann könnte ich bloß alles holen. Vielen Dank. Maus... Da ist ein Golden Skrtuller und ein Herztal! Yay! Und einen Dominostein! Yay! Du hast auch einen Monofreund, oder? Boah, das ist echt eine schlechte Idee, wenn mein Vater mir hier was zu fressen hinstellt. Ja gut, hängt halt ein bisschen da rum, ne? Guten Hunger! Ah, ich... Ah, fuck, ich wollte eigentlich noch... Ähm, ich muss hier denn durch den Eis, der will durch. Ich wollte noch zu Aldi, der hat noch eine halbe Stunde offen. Ach so, na dann. Oder gehe ich zu Edeka, weil Edeka ist teurer. Hat aber bis halb neun auf, glaube ich. Ist die Aufnahme gerade unterbrochen, oder was? Nö. Die Aufnahme läuft gerade! Ja... Ja gut, Lidl oder Edeka? Ja, theoretisch... Insiderfrage. Ne? Ja gut... Die Insiderfrage, die müsste... Die kann jemand kennen. Es gibt ne Insiderfrage bei mir. Aber die kennst du nicht. Hm. Wer mein Turok Let's Play gesehen hat, der, äh, ne? Kennt diese Frage. Die Frage lautet, Pfirsich oder Eistee? Und als diese Frage gestellt wurde, hab ich meinen damaligen Fernseher so mit Eistee bespuckt, dass der bis zu seinem Ende noch geklebt hat. Wow. Weil ich so am Lachen war. Weil da, war immer so über, also ich mit meinem Kollegen, der auch mal bei uns in der Gruppe war, der Ratto lasst halt ein kleiner Wicht. Ähm, der ist nämlich auch, äh, der hat auch in anderen Let's Plays und kennt halt auch Turok gut. Und den hab ich mir so dabei bestellt als Co-Kommentator, damit ich halt auch 100% machen kann, weil ich hab das noch nie gespielt wirklich so durch. Und dann hab ich halt direkt auf 100% gemacht. Mhm. Dann haben wir halt über Eistee diskutiert, so einfach random komplett am Spiel vorbei. Und dann, und dann wollte er die Zuschauer fragen, Pfirsich, äh, was finden die besser, Pfirsich oder Zitrone? Weil ich bin Pfirsich-Fan und eher halt Zitrone. Wobei ich Eistee auch schon in Ewigkeit nicht mehr getrunken hab, aber egal. Und dann hat er halt einfach gefragt, Pfirsich oder Eistee? Und ich hab mich bepisst vor Lachen. Ich weiß nicht warum, ich hab mich bepisst vor Lachen. Also, das war echt... Ja, okay. Pfirsich oder Eistee. Ja, Pfirsich oder Eistee. Ich weiß nicht warum ich das unbedingt so lustig fand, aber... Das ist eigentlich... oder? Oder bin ich gerade auch einfach verrückt geworden? Keine Ahnung, kein Abfärben. Den blaues Feuer nachfüllen hier. Ich geh einfach nachher zu Edeka, ist egal. Wie lange hat der einen Lauf? Halt neun. Glaube ich. Keine Ahnung. Oh, Halt neun. Oh, das geht ja noch. Edeka, was gibt's denn denn Edeka? Alles. Ja, aber zu teuer. Ja. Ach, ist das auch wie bei Monster Hunter. Ausweichen plus zwei. Ja. Ich moue hier überall durch. So, nächster Raum wieder mit den silbernen Rubinen. Oh. Ach, dieses Rätsel. Oh, meine Güte. Ist die Fledermäuse. Ach, die Fledermäuse, komm ich doch mal. So. Kannst du das Ding hier so rumschieben und das glitsch... Das leidet dann überall hin. Ah, leck mir doch die... Knutsche. Zack. 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 Aha, nee, das wollte ich nicht. So. 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 Eins. Oh, da sind drei rote Rubiner. Die willst du aber nicht. Oh, da sind drei rote Rubiner. Boah. Zwischen die Augen, Alter. Schlitz. Zack. Nummer eins. Ah, die ist gut toll, hab ich fast vergessen. Bald haben wir 20. Bald haben wir den nächsten, äh, Geldbeutel. Mhm. Ich muss aber noch mal so ein paar Parts machen, um alles zu sammeln. Ich will doch alles sammeln. Du wolltest immer sagen. Achso, wie viel hab ich denn jetzt? Ah. Achso, ja, stimmt. Das hat so, glaub ich, gefragt. Würde mich aber auch interessieren. 21 auch. Wir haben nicht nur bald 20. Wir haben schon 20. Wir haben sogar 21. Ja. Ja, cool. Dann weiß ich ja, was ich hier noch machen werde. Oh nein. Was denn? Naja, wenn du wieder Sidequests machst. Achso. Ist doch normal. Ja, leider. Ich mach das Spiel ja, wieso leider? Willst du nur Dungeon, 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 Dungeon oder was? Ich will das Spiel 100% durchspielen. Jetzt muss ich noch überall, ja auch 100% noch in den Titel schreiben. Ich hab mich jetzt gerade spontan dazu entschieden. Wenn ich nur so viele Sidequests mache. So, da hinten, den muss ich auch holen, den silbernen. Damit da hinten die Gitter weggehen. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Dieses Ding... Da hinten fällt's runter. Ja, da hinten muss es nachher hin. Ja, leck's mir doch. Leck's mir doch! Egal, fang ich an neuern. Hm. Tschüss. Oh, doch nicht. Oh. Was ist denn? Oh, ist doch gut. Ich kann mich jetzt irgendwie hier... Auch wenn... Ja, es ist nicht so gedacht, aber ich mach's trotzdem. Wenn das geht. Ich muss nur gerade genug springen. Ich darf nicht so schief springen. Ja, genau das. So um die Ecke. Ey, das rätst du doch nicht wie es geplant ist, hör mal. Seh ich aus wie ein normaler Spieler? Ja. Richtig. Ja, jetzt. Jetzt hab ich die Arschkarte. Siehste? Hm. Egal. Flatsch. Wie hab ich das eben geschoben? Hier geradeaus. Dann nach links. Dann wieder weiteraus. Ist doch alles einfach hier. Man spart sich ne Menge Zeit. Wie sieht's eigentlich immer bei dir aus? Du hast immer ein Projekt beim Laufen. Äh, ja. Das hab ich. Aber du hast doch am Anfang von, äh... Hier von dem Zelda hattest du doch... Sag schon. Äh... Kleinere Sachen nicht sicher. Ich hatte nix großes. Sondern eher ein paar... Mehrere kleine Sachen, die ich immer so... Mal nebenbei hatte. Bis ich dann mal wieder... Ja, die sind Tukiten-Tutorials, ne? Äh, Gameplay, nicht Tutorials. Ah, ja. Theoretisch schon. Und ich hab wieder verkackt. Naja. Natürlich wieder nicht den normalen Weg. Woher denn auch? Ich hab wieder so halbwegs quer rüberspringen. Weil du siehst ja die... Die Schläder-Spuren. Da müsste das Ding eigentlich... Ja. Ja. Egal. Wer macht das denn? Ja, die Gameplay. Die sind sehr gut angekommen. Weil es halt international ist. Und was sonst nicht wirklich existiert. Aber... Mein Spielstand ist ja leider weg. Aber ich werd mir nur einen hochspielen. Und dann, äh... Ja. Ich werd auch noch wieder ein paar machen. Sagt mal, wie viele Views hat das denn? Äh, nicht wenige. Es kommt auf die Waffenart an. Es gibt... Es gibt eine Waffenart. Das kann ich gar nicht verstehen, weil die eigentlich ganz cool ist. Die hat, ich glaub, 8 Views. Und es gibt welche, die haben halt über 400 Views. Ja gut. Richtig. Lass mich raten. Gewehr. Nee, Gewehr hat noch... Hat doch auch... 100 oder über 100. Aber... So... Das, was das Großschwert wäre. Von Monster Hunter jetzt mehr oder weniger. Oder halt... So eine große mächtige Waffe. Die hat halt... Gar nichts. Schade. Ja. Also... Gebt mich irgendwie irgendwie Aufrufe. Es freut mich ja irgendwas bereitzustellen, was Leute sich haben, mal angucken. Die Scheiße, die kann ich auch gar nicht abwehren. Wofür hab ich denn ein Schild? Gibt's da auch diesen... Challenge Raum wie bei Twilight Princess oder sowas? Ähnliches? Ja, der war da in der Wüste. Da ging man einfach so die ganze Zeit immer Stockwerk runter. Und da war es immer dunkel. Und da waren da immer mehr Feinde. Und am Ende waren da sogar zwei von diesen Nimbus-Garden. Nee, sowas gibt's ja nicht. Yay! Die Eisenstiefel. Zu schwer um zu rennen. Zu schwer um zu schwimmen. Ja. Zu schwer um zu leben. Ja. Wenn du die anhast, dann kommst du nicht weit. Und die hat sich einfach dahin teleportiert. Ja. Hat er die alles gemacht? Nein. Die kommt so ganz heimlich von hinten. So sieht's doch aus. Und wer weiß, was dann passiert. Sei gegrüßt, Chakra. Ja. Jetzt hab ich's gecheckt. Wenn du hierher kamst, um die Soras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Soras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Soras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Die Serenade des Wassers. Wow. Zeit entschwindet. Menschen scheiden. Ein ewig wie des Wassers Fluss. Wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reif... Was ist das denn hier jetzt? Zu königlichem Streben? Zu königlichem Streben reif des Kindes Mut. Junge, liebe Knospen erblühen, groß und stark. Des Wassers Kraft allein dies schafft. Hm, ist doch geil. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Jetzt kommt was Schönes. Du bist doch still. Ich hole doch alle was. Oh, ich hab was im Mund. Ach, warte. Aufwacht. Eigentlich noch nicht. Ich hatte die Rette an irgendein Kabel gezogen und der Held wäre jetzt hingeblieben. Ich habe heute mein Keyboard rausgeholt, weil ich die Serenade des Wassers spielen kann. Weil ich diese vortragen werde. Ich muss mich nur daran erinnern, wie man spielt. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Ja, habe ich das? Ich glaube... Kannst du die Serenade hören? Ich glaube, ich kann das Wasser hören. Die Serenade des Wassers, meine Damen und Herren. Alter. Ich glaube, ich kann es auch spüren. Ach, oh, oh. Hm? Und schmecken, ne? Mann, war die Serenade erfrischen. Ahem. 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 Chakra, wir werden uns... Ahem. Ahem. Das war das dümmste, was ich in meinem Leben je gemacht hab, ey. Spontanität ist mein Feind. Und ich habe zu viel Zucker gehabt. Ahem. Ja, wir werden uns wieder sehen, süße. Ja. Bring Domino-Steine mit, ich hab keine mehr. Dann wollen wir mal die guten Träte noch mal ausprobieren. Paar Klackerschücher. Stimmt. Wie lange hast du denn noch frei? Was? Ja. Was wohl? Ach so, war ich nicht frei? Du meinst so, Schule frei? Ja klar. Diesen Montag beginnt die Schule wieder. Ich freue mich. Was? Ja. Du freust dich auch noch, ey. Nein. Es war Sarkasmus. Ja. Und... meins war auch Sarkasmus. Sarkasmus plus Sarkasmus gleich. Was? Kein Sarkasmus. Äh, ich weiß grad selber nicht. Ja, das eine hebt das andere wieder auf. Das ist so wie doppelte Verneinung. Ja, aber wenn du plus, plus, minus rechnest, dann hast du minus. Ja, plus und minus ist minus. Plus und plus ist aber trotzdem, äh, plus. Ja, und minus und minus ist. Ja, und minus ist es minus, plus. Ja, richtig. Ja. Herzteil. Ja. Dann hab ich ein neues, äh, Herz. Das ist ein Spenderherz. Oh, cool. Jetzt, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer, weil ich jetzt vier Stück zusammen hatte. So, wir gehen jetzt nach Kakariko. Da hinten war ich schon mal, das bringt mir nix. Ich glaub hier unten gibt's auch nix tolles zu entdecken. Jetzt können wir theoretisch in den neuen Tempel rollen. Oder? Wir gehen erstmal den dicken auftauchen. Ah, Wassertempel. Oh, wenn ich den Namen hör. Wieso noch nicht? Wieso nicht? Alle hassen den Wassertempel. Ich mag den Wassertempel voll. Hast du nicht gehört? Wasser, Wasser ist feucht. Ja, ich kenne was ganz andere Dinge, die feucht werden. Und das war ein Insider, aber egal. Der feuchtes Wasser ist trocken, richtig. Klar. Ja. Ja. Ja, das ist klar. Ja, ja. Oha. Nein, oh, bitte nicht daneben jetzt. Ah, das wär jetzt ein wenig... Dann müsste ich zurücklatschen. Ah, der Tor läuft offen. Na, Fetzer. Gib mir die Wasserrüstung. Äh, Zura-Rüstung. Äh, Zura-Rüstung. Äh, ähm. Ey, da musste er sich jetzt eine abfrieren. Kann ich nicht mit dir reden? Hallo? Hallo? Kalte Eier, oder was? Was ist denn mit ihm kaputt? Ja, er leckt mich auch! Oha. Ah, herrlich. Herrlich. Hm. Entertainments Weekly, ja. Ah, du bist zu Behna, oder so. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Blätt mich halt. Der Typ, ey. Was ist denn hier? Okay. 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 Ich kann reden. Wow. Ich kann reden. Oh, ich fühle... Ah, warte. Hat er eine Seele? Äh, musst du entscheiden. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich um Angst befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Diese Ruhrrüstung, diese Unterwasserrüstung passt nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Ja, cool. Ich bin voll blau, ey. Hey. Ähm. Man merkt, es wird, äh, bald 8 Uhr Zeit, jetzt wegzugehen. Nein. Äh. Das ist... Hey. Ja. Hey. Diese Eisenstiefel sehen furchtbar schwer aus. Wenn du nicht, ich kann nur hinein. Ich wollte bis herumlaufen. Sag bloß. Ah. Menschen. Feen. Was auch immer. Ja. Ja, hätten wir das auch wieder geklärt. Wenn wir noch was blaues vorher über hätten, dann könnten wir hier auch auftauen, aber... Wer will ja schon ein. So. Weißt du, was komisch ist? Hm? Ähm. Die rote Rüstung, also diese Gron-Rüstung und die Zora-Rüstung, ja. Da steht, die passen nur Erwachsenen. Ja. Ja. Aber, bei dem Kokiri-Gewand, das passt natürlich auch nur dem Kind. Richtig. Weil das, äh, Stretch ist. Also, äh... Ich könnt... Ich... Verkneif's mir. Ich verkneif's mir nicht. Es gibt halt manche Kinder, die sind besonders dehnbar. Bei denen, ähm... Die passen auch zu Erwachsenen. Gut. Hm. Ähm... Äh... Ist das schön. Was mach ich hier eigentlich? Ich wollte... Es wird 8 Uhr. Wacht dran. Ist es 8 Uhr? Nee. 10 vor 8. Ähm... Lass mich kurz nachdenken. Oh, das kann lang dauern. Ach sooo. Danke sehr. Kokiri-Wald, da will ich nicht hin. Ich will hier einfach raus. Hm. Frischkäse. Äh... Okay. Ja, stimmt. Warte mal. Ein theoretisch... Kokosnuss-Frischkäse. Könnten die doch Kokiri nennen. Hä? Ich... Frag mich nicht, wie ich da drauf komm. Junge, bist du irgendwie... Komisch drauf oder so? Ja, nee, nee. Überleg mal. Hä? Aber was hat Frischkäse... So FRI mit Kiri zu tun? Ähm... Ah, wobei, es gab doch Kiri, diesen... Kiri, Kiri, Kiri... Erinnerst du dich? Das kam dauernd in der Web und jeden Tag. Das war doch irgendwie so ein Käse-Milch-Zeugs. Ja, und das meine ich auch. Ah, ja. Kokosnuss-Kiri, Kokiri. Ja, ja, okay, okay. Ah, ja, ja, jetzt musst du auch verstanden, ne? Ja, ja. Ich hab so sehr verstanden, dass ich ein paar Bänden werde. Weil das... Ja, gut. Ja, siehste. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Äh, ich merke mich fürs Zusehen. Ah, nein, 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 tu ich nicht. Prrrrrrrr... Das für Bänden... Schwachsinn! Werd ich gleich, aber... Ich wollt noch kurz wohin gehen. Ich muss Zeit sparen. Achso, ich dachte Fallgeuden. Nööööööööööööööööööö. Na, schaffe ich's? Ich weiß es nicht. Naja, schade. Also, ach keine Ahnung, die Karte muss er meiner verstehen. Gut, ich habe mich eben schon verabschiedet, das was jetzt kommt ist nur Bonus-Part. Bonus-Part. Ja, Bonus-Sekunden-Minuten, einfach nur schnell hier hingehen. So, bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss. Tschüss.